Jetzt läuft's. Ja, guck mal da. Jetzt läuft's. Mal besser sehen. Jetzt sind wir hier ganz oben. Das ist ja doch ne Wahnsinnsstadt. Jetzt kannst du mal wenigstens sehen von hier. Da hinten sind die Berge. Ja, das ist wirklich groß. Die ganzen Neubauten siehst du auch schon. Ja, was die da anbauen sind. Ja, und die Sonne scheint. Aber wo ist der Grill, sagst du? Hast du ihn gesehen? Der Grill siehst du? Der Grill siehst du nicht. Der Grill siehst du nicht. Das ist geradeaus immer hier. Ah, der ist vielleicht hinter den Bauten. Nee, da so. Das hab ich grad gesehen. Hier ist kein Geländer. Das ist keine deutsche Sicherheitsbestimmung hier oben. Guck mal, das ist ja echt ein Wahnsinn. Jetzt bin ich jetzt hier mal auf der Mauer. Guck mal, wie steil das hier runter geht. Der ist ja halt die Zitadelle. Das ist ja die älteste Zivilisation. Ah, ich kann's gar nicht aussprechen. Da hat man nicht mal was getrunken. Das geht von der Hitze hier schon. 1,5 Millionen Einwohner, den muss ja irgendwo verpacken. Aber wir sind mitten drin in Erwil. Ja, ich weiß. Kennst du den Jürgen Bad Rieger? Nee. Er hat aufgenommen. Das ist ja auch.